Der Heilige Geist Der Heilige Geist Einmal die Unwissenheit Mit all seinen Formen Und auf der anderen Seite War es die Natürliche Neigung des Menschen Das zu machen, worauf er gerade In der Regel Lust hat Egal ob es übereinstimmt mit dem Gesetz Allahs oder ob es nicht Übereinstimmt mit dem Gesetz Allahs Es gibt viele Hindernisse Aber wir möchten uns heute Einem weiteren Hindernis widmen Und dieses Hindernis lautet Es geht um die folgende Problematik Manche Leute Sie stellen das Was ihr Verstand sagt Vor dem, was Allah und sein Gesandter Sagen Sie stellen das, was sie mit dem Verstand Als vernünftig und richtig Empfinden Und bewerten Sie denken, das ist richtig Und das stimmt auch mit dem Islam überein Obwohl es auch sein kann Dass das, was du mit deinem Verstand Als vernünftig und richtig bezeichnest Vollkommen daneben sein kann Denn Allah subhanahu wa ta'ala Hat dem Verstand Grenzen gesetzt Es gibt Dinge Die du nicht begreifen kannst Und auch nicht begreifen wirst Und das ist sehr oft der Fall Wenn es um Taten geht Die rein gottesdienstlicher Natur sind Wie zum Beispiel Wenn du dir vorstellst Deine fünf Gebete Die du verrichtest Warum sind es fünf Und nicht vier Und nicht sechs Das sind Vorgaben Deines Herrn Um zu sehen Ob du dich seinen Anordnungen Ergibst Und unterwirfst Oder ob du sagst Ich mache mein eigenes Ding Und ich habe meinen eigenen Kopf Und das ist natürlich Ein riesiges Problem Allah subhanahu wa ta'ala Zunächst einmal Hat den Menschen geehrt Durch diesen Verstand Den er ihnen gegeben hat Durch den Verstand Hat er das Lebewesen Mensch Über alle anderen Lebewesen Erhöht Und Allah sagte Sinngemäß im Koran In Surat Ar-Ra'd Ist etwa jemand Der weiß Dass das Was zu dir von deinem Herrn Als Offenbarung Herabgesandt worden ist Die Wahrheit ist Wie jemand der blind ist Jedoch bedenken nur Diejenigen Die Verstand besitzen Allah lobt Diejenigen Die Verstand besitzen Und ihn auch natürlich benutzen Aber wir erkennen an dieser Ayah An diesem Vers Im Koran Karim Eine sehr wichtige Angelegenheit Und sie lautet Dass der Verstand Die Aufgabe des Verstandes Wenn es um die Religion geht Ist es Zu verstehen Was dein Herr dir sagt Zu verstehen Was Allah in diesem Ayat Dir mitteilen will Und nicht Zu entscheiden Was du davon akzeptierst Und was du davon Verwirfst Das ist sicherlich Eine falsche Vorgehensweise Der Verstand ist dafür Da zu entscheiden Wie Allah in dieser Ayah Wo auch hingewiesen hat Dass du mit deinem Verstand Den benutzt Um zu erkennen Dass das die Wahrheit Von deinem Herrn ist Und dass du danach handelst Ohne wenn und aber Die Leute Hinsichtlich ihres Verstandes Sind manche Natürlich sie übertreiben Sie untertreiben Mit dem Verstand Andere übertreiben Diejenigen Die untertreiben Damit meine ich diejenigen Die ihren Verstand Nicht benutzen Möge Allah SWT bewahren Und die anderen Menschen Auf der anderen Seite Die mit ihrem Verstand Übertreiben So sehr übertreiben Dass sie ihn sogar Zu einer Quelle Des Gesetzes Gemacht haben Das heißt Das was ihr Verstand Als richtig empfindet Das ist richtig Und das was sie Als falsch empfinden Das sei angeblich falsch Ich gebe ein Beispiel dafür Für eine Floskel Die sich sehr schön anhört Aber in der Realität Natürlich Ich sage nicht ganz falsch ist Aber auch nicht ganz richtig ist Sondern man muss mehr differenzieren Das ist wenn man sagt Alle Menschen sind gleich Alle Menschen sind gleich Diese Floskel hört sich gut an Und deswegen finden Menschen Dass es auch gut ist Aber die Realität ist In keinem Menschen In keinem Land der Welt In keinem Gesetz der Welt Weder in den religiösen Texten Noch in den weltlichen Gesetzgebungen Sind alle Menschen gleich Diese Aussage Hört sich schön an Aber in Wirklichkeit Verwirkt sich dahinter Irgendetwas anderes Man will etwas anderes Damit vermitteln Wer also sagt So pauschal Alle Menschen sind gleich In jeglicher Hinsicht Natürlich Das widerspricht Liebe Geschwister Dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala Das widerspricht Des Hunde unseres Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Es widerspricht sogar Dem gesunden Menschenverstand Wenn man ihn natürlich benutzt Jemand der so etwas sagt Hat das Buch Allahs Auch wenn er es nicht bemerkt Hinter seinen Rücken geworfen Und er hat Allahs Buch Nicht zu einem Richter gemacht Zwischen dem Was sein Verstand Als richtig und gut bezeichnet Auf der einen Seite Und dem was die Texte Aus dem Koran Und des Hunde des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Zu sagen haben Und wenn man sagt Wallahi ich akzeptiere vom Koran Das was mein Verstand Akzeptiert Und ich interpretiere alles So um wie ich es brauche Das ist diejenige Person Die ihren Verstand Vor die Gesetzgebung stellt Ich gebe euch Ein zweites Beispiel Und dann eins aus der Zeit Das Sahaba In den folgenden Tagen Das ist ein Beispiel Weil wir jetzt natürlich In dieser Zeit gerade leben In den nächsten paar Wochen Gibt es das sogenannte Weihnachtsfest Unter unseren christlichen Mitmenschen Dieses Weihnachtsfest Wird gefeiert Sie sagen Dass an diesem Tag Der Messias Jesus Sallallahu alaihi wa sallam Gottes Segen Heil auf ihm Geboren worden sei Natürlich kein Mensch Weiß das Genau wann er geboren ist Und selbst wenn er An diesem Tag Geboren worden wäre An dem Tag An dem gefeiert wird Bedeutet das noch lange nicht Dass man sich seinem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala Durch solche Feste Nähern darf Denn man darf seinen Herrn Nur so anbeten Wie er es von einem Verlangt hat Und solche religiöse Feste Sind eine Form Der Anbetung Gottes Der Messias Alaihi wa sallam Hat die Sache Nicht gefeiert Und natürlich Unser Prophet Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam Auch nicht Aber es geht nicht darum Es geht jetzt darum Dass manche Muslime Sagen Damit ich ein schönes Bild über den Islam Vermittele Gratuliere ich anderen Zu ihren religiösen Festen Und damit sie nicht Schlecht über den Islam Denken Damit sie sagen Guck mal die Muslime Die passen sich an Und so weiter und so fort Und das heißt Er kann das ruhig Mit guter Absicht Vielleicht vorhaben Aber gleichzeitig Solltest du wissen Das Bild des Islam Ist ein schönes Bild Und du brauchst es Nicht zu verschönern Mit deinen Taten Sondern du verschönerst es Wenn du es überhaupt Verschönern möchtest Indem du In Übereinstimmung Mit der Religion Lebst Und handelst Und diese Sache Dass man anders Ob das jetzt Christen sind Oder was auch Glaubensgemeinschaft auch immer Ingratuliert Zu ihren religiösen Festen Der gesunde Mensch Weiß Dass das natürlich Ein Widerspruch Zu seinem eigenen Glauben ist Denn wie soll ich Jemandem gratulieren Zu etwas Wo ich davon überzeugt bin Dass es das Falsche ist Was er macht Ja Und deswegen Das hat nichts mit Toleranz zu tun Sondern Toleranz bedeutet In diesem Fall Dass du ihn machen lässt Was er machen lässt Aber das heißt Du musst doch nicht Irgendwann auch gratulieren Zu dem was er macht Wovon du überzeugt bist Dass es deiner eigenen Religion Widerspricht Und das ist wie gesagt Auch unter Beeinkunft Der Gelehrten Nicht erlaubt Egal was Manche Menschen Heutzutage Vielleicht anders sagen Der Mensch Der menschliche Verstand Hat seine Grenzen Die von Allah Subhanahu wa ta'ala Gesetzt worden sind Deswegen hast du dich Zu halten An das was Allah Und sein Gesandter Sallallahu alayhi wa sallam Uns mitteilen Ich gebe euch Ein sehr schönes Beispiel Das stattgefunden hat Nach der Zeit Des Propheten Sallallahu alayhi wa sallam Ein Ereignis Wir haben auf der einen Seite Ein Hadith Des Propheten Sallallahu alayhi wa sallam Und dieser scheint Dem gesunden Menschenverstand Offensichtlich zu widersprechen Aber natürlich In der Realität Widerspricht nicht Und das Ende der Geschichte Zeigt es auch Aber man denkt es manchmal Und wir schauen uns mal Diese Geschichte an Was ist passiert? Bevor der Prophet Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Gestorben ist Hat er Eine Eine Armee Vorbereitet Zusammengestellt Und Als Heeresführer Osama Ibn Sayyid Radiyallahu ta'ala Angesetzt Der hier jung war Der war gerade Also vielleicht ungefähr 18 Jahre alt Er hat ihn eingesetzt Auf diese Armee Und hat gesagt Diese Armee Sollte geschickt werden Nach Großsyrien Wieder verlassen Und sie sind abtrünnig geworden Und sie sind zu ihrer alten Religion Des Götzendienstes Zurückgekehrt Und deswegen War der Islam Bedroht Die Die Muslime In Medina Waren wenige Um sie herum Ihre Feinde Und Die Leute Die vom Islam Abgefallen sind Und es war sozusagen Wie ein Wolf Mit 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 der Schafsherde Und sie haben Angst gehabt Angegriffen zu werden Und gleichzeitig War diese Armee Die geschickt werden sollte Nach Großsyrien Nach Damaskus Und Umgebung Deswegen sind Manche Sahaba Zu Abu Bakr Gegangen Radiyallahu anhu Nachdem man ihm Den treue Schwur Geleistet hat Nachdem er der Khalifa war Sagte man zu ihm Abu Bakr Wir brauchen diese Armee Jetzt hier in Medina Zur Verteidigung Denn Medina Ist die Hauptstadt Des Islams Daraufhin sagt Abu Bakr Radiyallahu ta'ala Anhu Sinngemäß Sinngemäß Denkst du etwa Ich werde eine Armee Zurückhalten Die der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Hat losschicken wollen Willst du mich etwa Davon abbringen Etwas durchzuführen Wozu mich der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Bevollständig hat Dann sagten sie zu ihm Aber wenigstens Umar Radiyallahu anhu War der Vermittler Sagten sie zu ihm Wenigstens Osama ist ein bisschen zu jung Setze jemanden ein Der älter ist Er sagt zu ihm Willst du mich etwa dazu bringen Jemanden abzusetzen Den der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Eigenhändig eingesetzt hat Wo befindest du dich Und so hat Abu Bakr Radiyallahu ta'ala Anhu Dieses Vermächtnis Seines Propheten Sallallahu alayhi wa sallam Durchgeführt Aber guckt mal Der Logik Widerspricht das Natürlich widerspricht das Die Muslime brauchen Diese Verteidigung Zu Hause Aber trotzdem Schicht er sie los Die Antwort lautet Wir haben eine Sache Vergessen Wir haben vergessen Dass derjenige Der das In Auftrag gegeben hat Der Gesandte Des Herrn der Welten Und dass der Herr der Welten Alles weiß Und dass der Herr der Welten Wenn er wollte Hätte er sagen können Entsende diese Armee Nur Wenn du sie nicht brauchst Hat aber nicht gemacht Da er es nicht gemacht hat Haben wir auch nicht das Recht Diese Aus Diese Halif Hat also Abu Bakr Radiyallahu alayhi wa sallam In diesem Fall Nicht das Recht gehabt Diese Aussage des Propheten Sallallahu alayhi wa sallam Einzuschränken Das war nicht sein Recht Und er musste es ausführen Und hat es gemacht Und das gute Ende Lag nämlich genau daran Weil das war nämlich Eine Abschreckung Für alle anderen Es den anderen Arabern Nachzumachen Und es war eine Festigung Für die schwachen Gläubigen Und es war eine Rückkehr Für diejenigen Die vom Islam Abgefallen waren Möge Allah Subhanahu wa ta'ala Mit ihnen Zufrieden sein Liebe Geschwister Vergesst nicht Wir sammeln seit Einer Woche Spenden für unsere Geschwister aus Großsyrien Und das wollen wir Auch in Schallat Auch weiterhin machen Und MashaAllah Es haben sehr viele Geschwister gespendet Rollstühle Haben sie gespendet Decken haben sie Gespendet Milchpulver Haben sie gespendet Viele Dinge Haben sie gespendet Möge Allah Sie vielmals belohnen Und ihnen Einen besseren Ersatz Geben Und Geld spenden Sind auch herzlich willkommen Deswegen liebe Brüder Geschwestern Bitte helft mit Das zu machen Das ist wirklich Das Mindeste Was man für seine Geschwister machen kann Und der Gesandte Allah Sallallahu alaihi Sallam Er sagt Sinngemäß Solange Ein Diener Für seinen Glaubensbruder Einsteht Steht auch Allah Subhanahu wa ta'ala Für ihn ein Möge Allah Euch belohnen Und festigen Was Sallallahu Wasallam Mubarak